Wie der erste Sommertag im Jahr, du lässt mich nicht los, lässt mich nicht mehr los. Wie der erste Sommertag, als ob es bisher immer Winter war. Geht's los? Es geht los. Okay, dann leg ich mal los. Hallo, ich bin Max Giesinger, bin Singer-Songwriter aus Karlsruhe und ich hab geile News für euch. Am 13.05. wird endlich mein Album rauskommen. Soll es rauskommen. Und ja, ich hab lange mit der Blattenfirma zusammengearbeitet und das wurde dann am Ende nichts. Ich war auch nicht wirklich so zufrieden und hab mich jetzt dafür entschieden, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Und dafür brauch ich jetzt auch euch. Willst du das mal probieren? Ja, das Album selbst zu machen hat einige Vorteile. Und zwar, dass man total frei ist in seinem Handeln und einem niemand reinredet. Problem ist aber auch, dass man das komplett selbst wumpen muss. Und ja, Produktion habe ich dann selber finanziert. Da sind wir gerade im Studio und das wird sau fett. Also das klingt total geil. Jetzt muss aber noch gemixt werden, gemastert werden. Wir müssen noch ein Video zum Single drehen. Und Pipapo, da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Pipapo. Okay. Also wir sind da ungefähr bei 10.000 Euro. Jetzt wieder ernst. Und das könnt ihr über Crowdfunding am Ende finanzieren. Das Geile ist, ihr könnt euch das Album jetzt schon vorbestellen. Und zum Beispiel auch ein Wohnzimmerkonzert. Da komme ich dann mit der Gitarre vorbei und klampfe euch einen Abend. Ein Kochabend mit mir, wo ich dann für euch koche. Ich habe jetzt ein bisschen dazugelernt. Aber ich würde da nicht die Hand ins Feuer legen. Aber lustig ist es auf jeden Fall. Leute, ich freue mich riesig auf die Zeit. Ich habe da total Bock drauf. Ich finde das total spannend. Und ich fände es geil, wenn ihr einfach auf den Start seid. Wenn ihr das noch ein bisschen über Facebook spreadet. Und eurem Bekannten davon erzählt, was wir da für eine coole Aktion machen. Und deswegen, danke, danke. Geil. Danke schön an alle. Und tschüss. Danke schön. Super, danke.